moin freunde ich wollte euch mitteilen dass wir von filme.de aus technischen gründen auf youtube umziehen müssen zu einem neuen kanal wenn ihr weiter aktuelle news neue trailer verschiedene gewinnspiele und neue videos von mir sehen wollt dann zieht doch bitte mit uns um kommt auf unseren neuen youtube kanal der heißt filme.de mit einem ausrufezeichen und abonniert drückt die glocke wir würden uns sehr freuen wenn ihr uns auf unseren neuen kanal besucht und unterstützt und ich hoffe wir sehen uns demnächst wieder bis dahin